Wir wissen jetzt, dass sie nicht wahllos vorgehen, sondern systematisch. Jedes dieser Bilder ist ein Meisterwerk. Sie alle werden in die Stadt Siegen in Deutschland gebracht. Die Nazis sind auf der Flucht, aber sie nehmen alles mit. Wir müssen also so nah an die Front wie nur möglich. Preston, du und Campbell, ihr geht nach Belgien. Genauer gesagt, nach Ghent. Was ist in Ghent? Früher mal der Ghent-Altar. Die haben den Altar mitgenommen? Ich war mit Garfield. Nein, Garfield, du und Jean-Claude, ihr geht nach Deutschland. Und zwar nach Aachen. Wir brechen morgen früh auf. Wie wär's, wenn du Sam aus Newark mitnimmst und ich sehe mich an meinem alten Tummelplatz um, in Brügge. Michelangelo's Madonna hab ich schon als Junge gesehen. Wir bleiben zusammen, Kumpel.